Hallo Leute, wie ich schon beim letzten Mal gesagt hatte, wollte ich jetzt eigentlich beim nächsten Part, also diesem Part hier, diese Echo-Sache einmal ansprechen. Nur würde ich jetzt ungern hier aus dem Menü rausgehen, weil ich dann wieder von neu zocken müsste. Ich habe jetzt gerade nur eine kleine Pause gemacht und spiele jetzt hier direkt an den Punkt weiter. Das mit diesem Echo-Zeug, mit diesem Extra-Zeug, das zeige ich euch später. Wir werden vergaßt. Okay. Oh ja. So, kaufen können wir, glaube ich, nichts mehr, waren wir ja vor kurzem neu. Achso, da unten, das war neu, ich dachte schon. Joa, da fehlte eigentlich nur eine Waffe, ne? Unbekannt. Oh, jetzt bohrt hier jemand. Nice. Ich kaufe das einfach mal für euch, damit ihr das... Weißt du, ich möchte euch ja auch zeigen, was das so in dem Spiel gibt. Und, äh, das werde ich jetzt einfach mal machen, damit die Kugel abprallt, loslassen, damit sie detoniert. Wat? Okay. Ah. Ja, ich möchte jetzt keine Spor... Okay. Wie geil ist das denn? Ach komm, hier, verreckt. Oh, ups. Boom! Gegengift. Achso, weißt du, davon... Ich habe sie von ihrem, äh, brutalen Selbstmord bewahrt. Ich übernehme die Spitze. Oh, verbuggt, oder was? Naja, nur komische Leuchteffekte. Ich haus mir das Tor. Ja, mach hier alles dreckig, super. Mach alles kaputt. Und du? Geschafft. Ah, vielen Dank. Für die Blumen. Hey, komm hier rauf! Ich brauch Hilfe! Äh, nö. Shit! Ach, du Scheiße! VTF? Ach, der kommt da wieder raus. Der kommt da wieder raus. Scheiße, war das denn? Dein Kumpel ist der Nachtisch. Wir müssen weiter. Wir gehen erst, wenn ich eine Leiche sehe. Wenn du hier bleibst, wirst du zwei Leichen sehen. Du bist also ganz allein daraus? Wie du willst, Schwester. Aber ich... Meine Peitsche empfängt was. Ha, dieser ausgekochte Metallbastard sendet uns ein Signal. Verdammt, er ist unter der Erde und bewegt sich ziemlich schnell. Die Pflanze bringt ihn wohl in ihr Nest. Jetzt ist die Kleine also plötzlich auch noch Botanikerin. Ja, komm, lass mich durch. Hey, sie kann auch so toll rutschen wie ich. Ich dachte, ich wäre einzigartig. Oh. Wie geht's dir? Guten Tag. Ma. Und nicht? Ich will dir mehr Liebe, als du verkraften kannst, Punk. Zack. Ist dir sicher, dass deine Kanone groß genug ist? Die Größe ist in der Zeit. Die Größe ist in der Zeit. Komm mal die Technik an. Ja, glaub das wohl. Direkter Treffer. Ähm. Geht's dir noch gut? Komm in die Gänge. Ishi hat nicht mehr viel Zeit. Oh, ich muss niesen. Moment. Mein Gott, ey. Da niesen wir noch mitten in der Aufnahme. Gut, dass ich nochmal schnell den Knopf gefunden hab. Aber was soll's. Ich bin auch nur ein Mensch. Wie man letztens auch wieder festgestellt hat. Äh. Wie scheint, muss vielleicht bald der Blinddarm raus. Ja. Donnerstag Arzttermin nochmal. Und dann mal gucken, ob der wirklich raus muss. Und wenn ja, dann... ...fühle ich mich ziemlich verarscht. Der Sound. Hab ich irgendwie den Soundautor gestellt? Kleinen Moment nochmal. Sorry. Nö. Alles okay. Kam mir nur ein bisschen spanisch vor. Eben den Sound wieder anmachen. Dup-di-du-du-du-du. Hab ich den überhaupt ausgemacht? Moment. Nö, hab ich gar nicht ausgemacht. Auch schön. Ach du... Wow. Holy. Ja. Ist okay. Lass mich hier in Ruhe. Erstmal dran vorbeirutschen. Die Leute ein bisschen vergasen. Und dann... Läuft das. Aber ich kann auch weiter rollen lassen. Das ist auch recht interessant. Wie dumm das ist. Ich kann das einfach aufhalten. Ah, okay. Aber irgendwann geht das dann doch nicht mehr. Ist das ein Nanobot? Moment. Ne, doch nicht. Hat nur geläuchtet. Lol. Hörst du auf? Guten Tag. Zack. Und da auch noch. Und zack. Da auch noch. Gegengift. Das bringt auch immer viel. Oh. Hast du dich gerade selbst? Keine Munition mehr. Mann. Ich wollte aber noch weiterschießen. Moment. Hier gibt es doch... Mal, kleinen Moment mal eben. Ich wollte doch gerade irgendwann nachgucken. Na, egal. Nehmen wir wieder eine andere Waffe. Welche habe ich denn dabei? Ah, schön. Das passt doch. Gut, dann werde ich jetzt nicht neue Munition dafür holen, weil ich die Waffe ziemlich uninteressant finde. Ich werde jetzt einfach mit der hier weiterhin rumrennen. Also ihr könnt gerne mal schreiben, so welche Waffen ihr mögt. Ich werde das dann eventuell berücksichtigen. Das weiß ich jedoch noch nicht, ob ich das wirklich tun werde. Also wenn es da wirklich eine eindeutige Lieblingswaffe gibt, dann nutze ich die auch. Scheiße, ich sterbe. Wow. Bombastisch. Und ich wurde vergast. Super. Mein Gott. Kaum spielt man das Spiel, wird von einem Selbstmordattentäter... Ähm... Ja, was wird man eigentlich? Man wird selbst zum Selbstmordattentäter, obwohl man das gar nicht will. Auch nice. Der nimmt seinen Teil und packt er dann uns dran. Oder so. Was soll der Scheiß überhaupt? Also Selbstmordattentäter freuen sich da immer, sich selbst in die Luft zu sprengen. Ja, genau. Warum denn nicht direkt am Anfang des Spiels? Oh nein. Ja. Falsche Taste. Ups. Ja, ist okay. Abfahren, abfahren, abfahren. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ich werde euch da letztlich zweimal zumuten. Mein Kumpel ist der Nacht. Gut, ich gehe da nur noch eben einkaufen. So. Sollte ja jetzt mal reichen. Sich nicht rühren ist genau das, was tote Leute tun. Danke für den Optimismus. Du bist wirklich mitfühlend. Oh ja. Das ist er. Ja komm, mach hier die Scheiße weg, damit ich da durch kann. Oder soll ich jetzt hier durch? Oh. Okay. Das geht auch. WTF? Ja sicher. Nur weil ich panisch B gedrückt habe. Wo bin ich jetzt bitte? Jetzt sag wirklich nichts Falsches. Jetzt bitte nicht wieder da. Wo ich denke, wo ich jetzt bin. Komm schon. Lad schneller. Jetzt enttäusch mir nicht. Wieso? Boah. Hab da bloß ein Savepoint gesetzt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah, okay. Ich war wohl zu schnell. Mach ich mal so. Ah, war nicht ganz perfekt. Trotzdem hat's gereicht. Das ist das Wichtigste. Lass mich in Ruhe. Ich bin schon wieder tot. Ich krieg zu viel. Ich muss mehr in Deckung gehen, Leute. Das geht so nicht. Menschenfresser lieben die Engel. Ja, kennen wir ja schon. Ähm, ich hab jetzt auch vor kurzem ja die Kapitel geladen, weil ich ja wieder zurück musste zu einem Level. Und mich würde jetzt mal interessieren, ähm, gibt's wirklich nur 5 oder 6 Kapitel in dem Spiel? Weil wenn ja, ist das ein relativ kurzes Spiel. Das werden dann nur so 30 Parts sein. Boah, ich bin doch so dumm. Warum mach ich denn schon wieder denselben Fehler? Ah, flamet mich. Leute, flamet mich hart. Ich weiß, es war jetzt... Boah, ich könnte mir so an den Kopf packen. Ich könnte meinen Monitor nehmen. Insider for the win. Los. Gut. Abwarten, bis einer reinläuft. Obwohl, Moment, vielleicht kann ich ihn sogar retten. Zack. Gut, explodier nicht. Auch nice. Und Bäm. Ich wollte schon sagen, ey. Explodier doch mal. Gut, mehr wollte ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich wollte da nur noch zum Explodieren bringen. Wo seid ihr? Gut, ihr seid mir nicht gefolgt. Bäm. Bäm. Wow, der war böse. Kommt her. Kommt her, ich tue euch nichts. Zack. Ist mal dick oben ohne gemacht. Oh, Moment, Moment, Moment. Komm. Komm. Lauf um die Ecke. Warte, nein, 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 nein. Komm zurück hierhin. Geht doch. Killer News. Dreck mal mehr Punkte abgesahnt. Ach, da hinten sind noch mehr. Oh, die ficken hier aber auch übelst rum, ne? Sodass sie immer Nachschub haben. Was ist das? War das Munition oder was? Tatsächlich. Muni. Ja, komm. Geht zu ihm, dann töte ich euch beide. Alter, war das ekelhaft. So, wohin jetzt? Bist du überhaupt? Ach da. Ach du Scheiße. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin so. Ich bin so.